Da haben wir den Wildpark schon das ganze Jahr auf. Dann haben wir Grillabend gemacht, dass man länger bleiben kann. Und dann, was soll ich euch sagen, wollt ihr auch noch hier übernachten? Leute, klar machen wir das mit unserem neuen Partners Liepero. Die stellen hier so ein Cube hin und dann kann man hier schön im Dammwildgehege bei Grün und Co. dann übernachten. Gelegentlich kommt vielleicht mal ein Dammhirsch an der Zeltplane wackeln. Aber egal wie, ihr seid die Ersten, die morgens im Park sein können. Und wenn der Laden hier zu hat, dann ist es auch schön ruhig hier. Also ab jetzt buchbar bei uns im Online-Shop und ab der Saison 2021 steht der Cube dann hier. Es ist deutlich angenehmer als jetzt, aber ich finde es jetzt schon schön. Ah, diese Ruhe. Bei allem, wenn der Park zu ist, kann man hier noch liegen. Und die Ruhe. Und die Ruhe. Die Ruhe und die Ruhe. Und die Ruhe. Und die Ruhe. Und die Ruhe. Und die Ruhe.